Einer war weiß, einer war braun. Scheiß drauf. Ich glaube, einer hat es mindestens getötet. Oh, zwei. Ja. Hier ist dieser Zug. Und... Diese Kiste hier kann man nicht abschießen. Und es gibt auch einen Grund dafür, warum sie da am Liegen ist. Unnötige Cutscene. Hier braucht man dieses Power-Cable, was ich aus diesem Auto habe. Dann noch zwei, irgendwie zwei Anfragen Öle und noch irgendeinen Scheiß. Nikolai. Also, ähm... Er ist böse. Mehr braucht man nicht wissen. Er ist tot, fast. Obwohl er noch ziemlich lange durchhält. Und ich glaube, jetzt kriegen wir eine Weste. Nee. Hinterher, dann machen wir mal aus. Obwohl es nicht sehr, ähm... schützend aussieht. So, Jill, did you decide to help us out? It looks like we're the only ones who survive. Ja. Jill, put this on. Oh, Jill. Oh, derp. Ach, ja. Komm, bitte. Lass es einfach laufen. Hier. Badass. Hier liegt noch was. Orange, ja. Die brauche ich. Und jetzt muss ich wohl oder übel zurück zum Safe-Raum. Fuck. Ich hätte es einfach wissen können. Ich hätte auch einfach mal ganz logisch überlegen können. Aber nein. Da will ich mich doch lieber nochmal mit Nemesis prügeln. Schneller. Ich glaube, hier können sie nicht rüber. Oh. Ähm. Ja, hier, hier, hier. Safe-Raum. Was ist das? Keine Ahnung. Safe-Raum. Ach ja, das ist dieser, äh... Park. Ich freue mich drauf, mit Nemesis wieder Tee zu trinken. Gott, das wird... Und das ist unnötig. Ich habe mir so viel Nerven und wahrscheinlich auch Heil-Items ersparen können. Ist ja nicht so, als ob ich das das erste Mal spiele. Ich weiß ja eigentlich, was ich machen muss. Oh. Scheiß drauf. Seid tot. Ja. 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 Rape. Lieber 20 von denen, als einmal Nemesis. Ich habe da so ein schlechtes Kult, dass er mir auf einmal hinterher rennt. Aber ich glaube, hier kommt er nicht hin. Ach Gott. Eigentlich ist es nur die ganze Zeit, dass ich gerade ausrennen. Aber mit so einem komischen Typen, man... Sein Fersen macht das... Das ist doch... Ja. Hier muss ich hin. Hier muss ich... Und das ist doch Kacke. Oh. Mir geht es auch noch gut. Ja. Das könnte ich jetzt auch machen. Ich brauche aber trotzdem noch was anderes dafür. Ich glaube... Nein, 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 nein. Ich kann doch da jetzt schon hin. Falls ich mich richtig entsinne. Und die müssen jetzt wohl oder übel tönen. Das ist doch lustig. Jetzt kommt Nemesis aus die Tür. Waren das alle? Nein, 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 was nicht? Das haben wir Grazine verschwendet. Aber ich glaube, alle sind tot. Wenn nicht, werde ich noch mal daran erinnert, indem ich so ein Zombie schön in den Fuß beiß. Ja, das wäre auch sehr schön, wenn man das einfach vorspulen könnte. But no. Ähm. Ja. Ich... Brooklyn und bla bla bla, there's a Switch. Yes, I will. Na ja, ja. Mach ich es einfach mal so. Ja, ja. Warum kommt denn sonst niemand auf die Idee, wenn da so ein schön grün leuchtender Schalter ist, den zu drücken? Na ja, da gehen schon ziemlich komische Sachen hier ab. Das Buch, das muss ich in diese eine Kerbe da tun, wo dieser Kompass auch ist. Ah, Nemesis. Ähm. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt ist. Das ist, äh... Hier. Ne, wo ist das Restaurant? Substation. Da muss ich irgendwie hin. Was ist denn da? Ah, ich weiß, was da ist. Aber da komme ich jetzt noch nicht hin. Wo ist das Restaurant? Ist das überhaupt richtig? Wie ist es das? Ja, hier. Hier irgendwo. Ist ja halb auf dem Weg. Also ich hätte eh nochmal dahin gemusst. Obwohl ich eigentlich hätte zur Tankstelle erst gehen können. Oh, der ist da, 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 der ist da. Ich habe da so ein schlechtes Gefühl. Yay, Nemesis. Äh, was war das? What the fuck? Ähm. Lass mich. Ähm, ja. Obwohl ich eigentlich schon was dabei haben müsste, wenn mir Nemesis nochmal beim Weg läuft. Ah, nein. Habe ich noch so ein grünes? Natürlich nicht. Ah, und, ähm, durch diese Weste, ich glaube nicht, nimmt man halt mehr aus, aber man hat zwei mehr Plätze. Das rote und das grüne sind so gut wie ein Erste-Hilfe-Spray. Also eigentlich alles, nur das Erste-Hilfe-Spray heilt auch Vergiftung. Für das 8-Box, da sind drei, ähm, Erste-Hilfe-Sprays drin. Und dann kann man die auch drin lagern. Das heißt, man braucht nicht so viele Plätze. Ähm, was brauche ich jetzt? Ah, da. Die beiden. Ähm, ich bin mir nicht sicher, habe ich jetzt was? Ich habe, glaube ich, nichts zum Heilen jetzt. Ne. Sollte ich schon dabei haben. Auch wenn ich auf Easy spiele. Ähm, na, das reicht. Bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, Gott, das war nur ein Zombie. Okay. Ähm. Wo kommen die auf einmal her? Oh, er ist nach Fröschen tot. Was, ne Pussy. Okay, ähm. Restaurant-Sache, kann ich eigentlich beide Wege gehen. Außenrum ist, glaube ich, einfacher. Oh, äh, außenrum ist einfacher, habe ich gesagt. Was ein Scheiß, was ein Scheiß, hätte ich mir ersparen können. Oh, hätte ich mir sehr ersparen können, fuck. Bitte nicht, Nemesis, nein, 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 Moment. Neue Aufnahme. Ich will nicht, dass es irgendwie out of sync geht, weil es irgendwie wieder eine neue Aufnahmestage richtig abspackt, dann habe ich nicht so Bock drauf. Ich muss erst das Buch da reintun, damit dieser Scheiß dann nicht wieder rauskommt. Ja. The future is in our hands. Wir müssen den Kompass zurück in die Hand legen und dann kriegen wir was ganz Tolles. So, ähm. Es ist egal, wo ich hergehe, ich glaube, aber ich... Ja, ich gehe wieder hierher. Oder die Batterie ist, glaube ich, gar nicht da, für die ist hier, für diese eine Tür. Ja, die ist dafür. Und dann kommt er hin, dann bla 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 und ja, ich weiß, was ich mache. Aber in diesem Spiel ist wohl das dümmste Rätsel... Also, das ist natürlich mal schwierig, ist einfach nur dämlich. Das ist das dümmste, nervigste... Vielleicht ein bisschen schwer. Das ist das dümmste Rätsel, was es auf dieser Welt gibt. Vor allem im Resi-Spielen. Ähm. Fallen verloren, Fallen verloren. Äh, daher. Oder... Ja, ja. Ähm. Hier rein. Oder? Ja. Oh, er rennt. Das dümmste Rätsel, was es im Resi-Spielen gibt, so einfach ist das. Resi-4 und 5 können, sind ja irgendwie nur lächerlich in Sachen Rätseln, in Anführungszeichen. Nemesis. Oh. Krähen. Manche kommen auch Hunde raus. Unnötig. Die sind scheiße, die sind scheiße, die sind scheiße. Lasst mich in Ruhe, bitte. Nein, lasst mich... Lasst mich in Ruhe, habe ich gesagt. Lasst mich... Oh. Na, daneben liegt nämlich irgendwo in der Leiche. Da steht, he was picked to death. Das heißt, Tode gepickt von Tögeln. Yay, Framerate. Was? Nein. Äh. Moment. Falsch. Was?